Die Zone ist echt nicht groß, da ist doch was. Ja, da ist sie. Also die ist echt nicht schwer jetzt gewesen. So, da haben wir sie. Da können wir direkt in die nächste Zone fliegen und die auch schon mal suchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 3. Auf dem PC Folge 46. Eine ganz besondere Folge, versteht sich natürlich. Ja, es ist viel Zeit für mich vergangen seit der letzten Aufnahmesession. Ich spiele jetzt auch mit meinem neuen Audio Setup, wie man hier sehen kann oder hier. Ja, wir machen weiter. Wir sind, denke ich mal, wir waren letztes Mal bei Blizzard Mountain beschäftigt. Allerdings habe ich ein paar Minuten im freien Spiel verbracht, um mir die neuen Autos hier anzuschauen. Ja, es gibt noch so viele Autos, die wir hier noch nicht gefahren sind in meiner Garage. Ja, aber es gibt genauso viele Autos, die wir noch nicht gekauft haben. Wie viel Geld haben wir? 308.000. Ja, ich würde ja wahnsinnig geile Ideen hier haben. Das ist ja kein Ding. Problem ist, er kostet 2,2 Millionen. Das ist so ein geiles Auto. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich liebe dieses Auto. Schade, dass der Bugatti Chiron nicht hier drin ist. Der würde ja alles toppen. Da wir auf der originalen Map sind, würde ich sagen, wir schnappen uns einen schönen Supersportwagen. Ich weiß auch schon welchen. Niemals anders als mein aufgemotster Lamborghini mit Aufrüstungskit. Hallo Fabio. Es gibt da diesen Fahrer mit einer kleinen Fangemeinde. Würde sich ganz gut in deiner Aufstellung machen, oder? Willkommen zurück Fabio. Sie hatten eine Meisterschaft schon zum Teil absolviert. Soll ich eine Route zum nächsten Rennen berechnen? Ich würde gleich mal sagen ja. Wow. Krass. Ja, dann sollten wir vielleicht die Meisterschaft mal zu Ende machen, würde ich sogar sagen. Wir haben ja so krass viel hier auch noch zu tun. Hm, zwei Scheunenfunde vielleicht falsch da, aber wir haben ja auch mal vorbei. Kostet mich aber die ganze Folge. Machen wir aber trotzdem. Machen wir erstmal. Weiter natürlich viel Spaß mit diesem Let's Play. Wenn euch das ganz gefällt, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. und abonniert meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich würde direkt sagen, es geht weiter. In 400 Metern links halten. Links halten. Route wird neu berechnet. Ach hier. Oh, ich bin ja sogar schon in der Zone drinnen. Mit sechs Punkte. Wir müssen hier alle. Oh, hier war es mal an. Oh, hier war es mal an. Oh. Oh. ich würde mal sagen wir machen das hier jetzt kostet aber mehr oder auf drift berührungsfähigkeiten krass wir gehen in den drohnen modus und suchen uns diese die überschneiden sich ja sogar diese die zone ist nicht groß da ist doch was ja da ist die also die ist echt nicht schwer jetzt gewesen so da haben wir so da können wir direkt in die nächste zone fliegen und die auch schon mal suchen bringen sonst nichts zurück und dann ihr versteht was ich meine hier ist sogar noch ein schild decken war das auch gleich noch so dann suchen wir das jetzt mal raus hallo freut mich kaspersky dämliches programme nichts als stressen alter hier ist das ding nicht das ist aber ein ep schild ziemlich gutes sogar hier bin ich ja überall noch nicht gewesen hier ist die zone zu ende einfach hier nur rum zu fliegen da bringen wir müssen hier rein da hinten habe ich noch was gesehen heftig diese zone ist riesig und hier sind wir überall noch nicht gewesen hier haben wir jetzt mal noch ein p-schild da hinten ist ja die andere scheine die wir holen erst mal ab sonst kommen wir in dieser folge zu nichts mehr in 200 metern rechts halten ein bisschen gemütlich durch die gegend in perspektive warum wir machen eigentlich eigentlich mal in perspektive aber halt nicht immer und für rennen mit dem controller aus der innenperspektive müsste schon aufs lenktrad umsteigen aber boah bugatti der gelände ist nicht so ich bin nochmal gespannt welches autobus hat er nicht einmal erwartet mal sehen ob sich der aufwand gelohnt hat was ist das denn sieht aus wie ein skyline gtr der hier wurde wohl zu hart durch den schlamm geritten die aufhängung ist hinüber nissan von 1973 das ist ok ok überlass diese bestie nur mehr ich mache sie wieder flott und melde mich dann sehr gut sehr gut sie haben ihr ziel erreicht ich muss sagen wir folgen jetzt einfach mal dieser straße hier kurz erstmal um sie zu entdecken und dann mal gleich wieder einen neuen weerspin was gewinnen wir ich könnte ein bisschen kohle ruhig gebrauchen woher land scheinlich auch gar nicht mal so verkehrt gewesen wäre gerade aber was solls so wir müssen jetzt einfach mal diese ep schilder da einfach mal mitnehmen da haben wir noch ein kleines umgefahrenes stück straße sehr gut dieses kleine stück da das nehmen wir dann auch nochmal mit da haben wir nämlich auch nochmal ein schild da haben wir nämlich auch nochmal ein schild was ist das denn hier lol ein bug ok ja ähm was mache ich jetzt ich kann jetzt nochmal mich auf die suche der scheune begeben aber hm die scheint nicht leicht zu finden so zu sein na wir müssen nicht mitten ins centrum warum kann die drohne eigentlich nicht höher das ist unrealistisch irgendwie aber naja die sind wir überall noch nicht gefahren bedeutet eigentlich die kann sogar mitten einfach hier stehen und ich weiß es nicht weil ich hier noch nie gewesen bin okay aux was ist die 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 hier 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 qui Kann eigentlich noch ewig dauern, ne? Ich meine, ich bezweifle, dass sie da unten irgendwo steht. Obwohl da hinten eigentlich auch gar nicht blöd wäre, ne? Als Position, aber... Da stand halt schon die andere Scheune. Halt so direkt am Rand, ne? Ich meine, hier stand ja schon die andere Scheune und die war irgendwie komischerweise... Ähm... Ja. Nicht in dieser Zone. Ach, die ganzen Bäume, die nerven irgendwie auch so ein bisschen. Oh, das ist das Ding hier. Schade. Wäre aber auch zu schön gewesen. Roller Sixer mit seinem Hennessy, ey. Unglaublich. Dass er diesen Wagen gekriegt hat, ey. Darauf habe ich ja eigentlich keine Lust. Problem ist, irgendwann muss ich hier dann aber wieder zurück. Die Scheune, die kann doch, Alter, ne? Da vorne. Ja, hier. Ah. Endlich. Ist aber auch verdammt gut versteckt gewesen, die hier, ey. Unglaublich. Krass. Da haben wir mal wieder eine Folge, wo wir nichts geschafft haben. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich bin natürlich wieder falsch gefahren. Das ist gut. So, dann sollen wir auf jeden Fall sich mal die Scheune hier ein. Und dann... Sie haben ihr Ziel erreicht. So, weh, das hat sich jetzt hier nicht gelohnt. Ich will jetzt was Schönes haben. Da meine ich was richtig Schönes. Und wer ist unser nächster Kandidat? Oh, sieht gut aus. Wieder ein Nissan GTR. 290er. Sieht aus wie ein Skyline GTR. Als V-Spec. In den 90ern waren diese Dinger der Hit in der australischen Tourenwagenmeisterschaft. Das ist gut. Ich bringe ihn in die Werkstatt und fange gleich an. Komm jederzeit vorbei, wenn du willst. Gut. Jetzt fallen wir eben nochmal die Straße hier ab. Jetzt machen wir es auf dem Weg. So, Meisterschaft. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern rechts abbiegen. Ah. In 200 Metern links abbiegen. Sogar einigermaßen gut. In 400 Metern rechts abbiegen. Oder auch nicht. Das ist schon wieder so ein winziges Straßenfleckchen. Auf. In 400 Metern links abbiegen. So. In 400 Metern links abbiegen. So. Auf. In 400 Metern links abbiegen. kyo. Von Nicholas. Ich komme hier auch mit über 200 Euro. Aber jetzt ist die Titanic rum. Und ich komme mal richtig vor. Oooh. Der ist. Machen wir das jetzt auch nochmal schnell. Machen wir jetzt auch mal hinter uns. Für viele Leute nur eine Touristenattraktion. Für Horizon eine Herausforderung. Das ist gut. Vielleicht ja auch mal auf 170 kommen, ne? Ich drück ja noch nicht mal Halbgas. Oder was? Ist schon noch eine ganz andere Hausnummer, aber fettes Auto. Ja, das Navi führt mich durch den Zaun. Das ist auch eine sehr schicke Route. In 400 Metern rechts abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. So, der Abschlusssprung. Die Folge ist damit zu Ende. In der nächsten Folge machen wir uns dann auf den Weg zum Festival. Und dann machen wir die Meisterschaft da eigentlich auch mal zu Ende. Und weitere Meisterschaften. Wir fahren wieder rein. Nächste Folge. Heute war ein bisschen chillen. Wieder ein bisschen reinkommen. Ich bedanke mich dann mal wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.